Du willst dein Bewerbungsgespräch perfekt meistern? Dann bleib auf jeden Fall dran, denn in dieser Serie klären wir einige fiese, teilweise sehr, sehr fiese Fragen, die im Bewerbungsgespräch gefragt werden können und wir diskutieren in den Kommentaren, also da kannst du gerne mitmachen, die ganzen Fragen, die ganzen Antworten und natürlich gibt es dann auch nochmal jetzt im Anschluss die Frage mit der passenden Antwort. Wie gesagt, es kann kein richtig oder falsch geben, der eine findet eine Antwort richtig gut, der andere dieselbe Antwort wieder richtig schlecht und wir fangen an mit der aktuellen Frage, nämlich die Frage, welches Buch haben sie zuletzt gelesen oder auch welche Bücher haben sie in ihrem Werdegang am meisten geprägt? Es gibt ja zwei Möglichkeiten, erstens ihr seid überhaupt keine Leseratte und habt nicht ein Buch gelesen oder höchstens den krabbert in der Grundschule oder zweite Möglichkeit, ihr lest sehr, sehr viel und hier muss man eben auch aufpassen. Also erste Möglichkeit, ihr habt gar nichts gelesen. Hier ist es auch wirklich okay, wenn ihr sagt, ja, ich bin jetzt nicht so der Lese-Fan, aber das dürft ihr nicht dabei belassen, weil das macht immer einen schlechten Eindruck, weil eigentlich gilt Lesen immer noch als positiv, weil man ja Wissen sich aneignet. Das heißt, ihr müsst hier am besten eine Alternative geben. Das heißt, wenn ihr euch beispielsweise sehr, sehr viele Vorträge oder Seminare angesehen habt oder besucht habt, dann könnt ihr das eben stattdessen sagen, okay, ja, also ich lese zwar nicht viel, aber ich will mir sehr, sehr viel Wissen auch aneignen, gerade zu Persönlichkeitsentwicklung oder eben auch zum Business sozusagen, um mich weiterzuentwickeln und dafür nutze ich jetzt keine Bücher, aber eben auch andere Medien wie Podcasts oder eben auch YouTube-Videos, Vorträge, Seminare und schon habt ihr hier wieder einen großen Mehrwert geboten, weil derjenige sieht, aha, ihr wollt euch weiterbilden, ihr wollt euch stetig weiterentwickeln und darauf kommt es an. Variation Nummer 1 bzw. die Variante 2. Ihr lest sehr, sehr viel. Hier machen dann die meisten leider den Fehler und rattern dann erstmal 10 Bücher runter und meistens dann auch irgendwelche Romane oder Action-Thriller. Das ist natürlich okay und das wäre auch vielleicht nicht gelogen, aber ihr solltet darauf achten, dass es sich um Bücher handelt, die auch wirklich was mit dem Job zu tun haben oder eben zumindest mit Persönlichkeitsentwicklung. Das heißt, ich würde eher jetzt weglassen, dass ihr, was weiß ich, irgendein Thriller-Buch gelesen habt, jetzt haben wir es, sondern eher sowas wie, ich habe mir eine Biografie gelesen, wenn das natürlich stimmen sollte, sonst seid ihr wieder in der Petrouille, wenn er denn da nachfragen würde. Aber ihr solltet euch also die Bücher raussuchen, die am ehesten euch weitergebracht haben. Sollte es keins davon geben, dann würde ich auch eher wieder in Richtung Seminare, Podcasts oder YouTube-Videos gehen, wo ihr einfach auch nochmal da sagen könnt, Okay, so will ich mich weiterbilden und ihr könnt natürlich auch immer sagen, dass ihr in letzter Zeit sehr wenig gelesen habt, was ihr sehr bedauert und ihr werdet jetzt gerade auch in der Zukunft wieder mehr damit anfangen, in Richtung Biografien, Persönlichkeitsentwicklung zu lesen. Und so könnt ihr denen, ja, diese Frage eigentlich perfekt antworten. Das war es mit diesem Video. Unten in der Videobeschreibung findest du wie immer fortlaufende Informationen rund um das Thema Bewerbung und Assessment Center. Wie immer auch die Assessment Center Checkliste, hol dir die, wenn du sie noch nicht hast. Damit kannst du dir auf jeden Fall noch einiges retten, wenn du in der Vorbereitung bist vom Assessment Center oder nicht weißt, wie das Ganze geht. Dann ist das ein perfekter Leitfaden für dich und wir sehen uns auf dem Erfolgskanal oder auch auf erfolgskanal.de für weiteren coolen Inhalt und auf deinen Kommentar freue ich mich sehr.